Das ist Rachel Diaz. Hey ihr Lieben, heute zeige ich euch ein Make-up, das von morgens bis tief in die Nacht hält. Mit wem redest du da? So komme ich aus dem Haus, das sehe ich im Bus an. Haus, Bus. Was machst du heute so? Außer dein T-Shirt auszulachen. Komm her, näher. Noch näher. Ich nenne es Fremd und Wild. Du bist Fremd, ich Wild. Wieso sieht unser Zimmer aus wie Katy Perrys Tourbus? Wie cool, darauf hatte ich abgezielt. Hey, 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 don't let me slow down. Das pinke Shirt ist für die Schule. Absolut cool. Das pinke Shirt ist für das Konzert. Es sieht fantastisch aus. Und das pinke Shirt ist zum Pinke Shirts kaufen. Wieso lacht ihr da? Mittendrin und kein Entkommen. Die neue Serie ab Montag, 18.40 Uhr im Disney Channel.